3-2-2 Cobblestone hast du noch nicht gespielt. Ja, ich hab die einmal schon gespielt. Das machte 2 left. Niemand hört das? 8 Runden müssen wir gewinnen, ne? Oh, ich bin auch ein richtiger Noob. Ich hab den Meilen weiter an einem vorbei geschossen. Oh, meine Arbe ist leer. Benedikt, der 14. hat mir den Kopf geschossen. Aber was fällt ihm denn ein, diesen Benedikt? Die spielen wahrscheinlich noch nicht richtig am Anfang. Ich weiß noch, wie das... Ach, Junge... Da hab ich oben immer noch in dieses Fenster rein? Ja, da sitzen noch 2 drin. Ich hab einen angeschossen mit der Arbe. Ist auch wieder so ein Witz. Ist ein Witz, oder? Ist ein Witz, oder? Ist ein Witz, oder? Ist ein Witz. Oh, ich wollte es unerschießen. Ich hab jetzt mal wieder die 5-7 gekauft, ne? Hallo. Hi, Wailer. Ich gucke erstmal der Dropper und... ganz von recht weit hinten. Ähm... Throwing Smoke. Ja, it's B, it's B. Deploying Flashbang. Ich hab mal von links irgendwo runds und sie rauskommt, Dropper. Ja, Dropper rausgesprungen. Sorry, ich hab nicht auf Dropper geguckt, Schiidiot. Ich dachte, du warst Dropper. Ja, ich dachte, der andere guckt Dropper. Ich bin, ähm, weitergelaufen. Hab dann... in die Mitte geschaut, Idiot. Paar saudumpfungen. Die Terroristen gewinnen. Ja. Ja. Ent Yuri noch, raila, Und... Echt Geräusche? Ich hab etwa in der Level in die favorite game Person gewinnen! Echt? Da? Die oben geht einfach! Der آپ speaks together? Ja. Er wird einen Hoogl macht das nicht. Wunderbar zu nehmen. Beweg dich alles fest! Ah, ich war Dropper, aber Ich bin doch auch wieder runtergesprungen, alles Ich hab mich geflasht und dann wollte ich den dritten Messern Also du bleibst jetzt einfach mein Dropper Ich war Dropper, aber die haben mich geflasht Und dann sind sie halt zu dritt an mir vorbeigerannt Musst du mir das sofort sagen, weil ich da die ganze Zeit nicht hingucke Hey, hab ich ja gesagt, eben direkt, als wir immer vorbeigerannt sind Kaufen Meinst du? Du hast doch viel Geld Ja, geil, jetzt kaufen sie alle so ein bisschen Let's get this done Ja, einer ist jetzt Dropper drin Aber die reden halt auch wieder nett Das bin ich, ich bin ein Dropper drin So, zwei Dropper raus, jetzt gleich Mehr als das sagen kann ich halt auch nicht Ich sag Dropper Ja, ja, klar, ich hab ja auch hingeguckt Ja, ja Ich meine eher so die anderen Ich hab's ja für alle laut gesagt Ach komm, sonst macht der andere den gleichen Fehler Soll ich jetzt mal Dropper gucken und du? Ich kann nämlich kaufen Ich kann auch kaufen Deswegen kauf ich mir was anderes Auch du dir kein Diffuse-Kit Diffuse-Kit notfalls, wenn ich das sterben muss Ja Hier wird's ein P90 Dropper Let's go Der ist, du stellst dich genau unter diese Wand, wo die runterfallen Ja, da werde ich aber von den Flashes getroffen Das hab ich beim zweiten Mal gemacht Ich bin nicht so schlau Jetzt A Das ist doch ein Witz Der war einer, hat er noch geguckt Er hat noch 50 Fuck, hätte er mich auch gehört Ich hab noch einen Wollte ich grad nehmen Was mit Du fühlst ja sch- Ja, ist nur noch einer, ne? Ja Beim anderen dann sag ich's dir Ich hör'n, beim anderen Der ist hinten, kommt jetzt A lang raus Da, genau Throwing Grenade 1 Runde 1 Runde haben wir, yes! Kaufst du defuse oder soll ich? Ich hab kein Geld für defuse Hab defuse Ich brauch keine Granaten Hab ich Was hast du für ne Waffe? Hast du ne Waffe? Hier hab ich Was? Junge wird sich ja achten Nein ich hab nur Hab ich M4 M4 Steps and Dropper Grenade and Dropper Grenade and Dropper Stamm hier vielleicht Incendiary Need help on Dropper Throw in flashback Ah Alter der ist schon aufm Spot Der kam hier vorbei Der ist aufm Spot Achtung 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 Pompon B Ey das gibt's doch nicht Wieso hab ich den nicht gehört Dass der vorbei gelaufen ist Sein Moment wo ich geflecht zum Leben sein muss Ah fuck das war richtig schlecht von mir Ja die haben mich in den Dropper weggesnockt Ja die haben mich in den Dropper weggesnockt Ja die haben mich in den Dropper weggesnockt Puuu Wollen wir mal mehr machen Oh man ey das regt mich grad tierisch auf ey Love Baby Spτού Stop Hopp Och Gott Oh Mein Gott Mein Gott Sai Schrauben Das ist Ja Soll ich dir? Ah, du kannst nichts kaufen. Ich kaufe mir eine 577 und Kevlar. Nee, kein Kevlar. Ich kaufe eine P90 und Kevlar. Anruf. 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 Ist ein Dropper drin, ne? Ja. Bomb, down and dropper. Ah, jetzt habe ich einen nicht erwischt, ich Idiot. 1,50 HP. Nice. Oh, 20 HP. Robby. Right. Oh, yellow, right. Bomb ist im Dropper, also. Du solltest nicht den Jagen gehen. Muss von da eigentlich kommen, von oben kann er nicht kommen. Da ist dein Kollege gerade hergekommen. Sag ich doch. Ich hab noch zwei Stück da erwischt. Mit der P90. Mit Vorarbeit geleistet. Ich mach wieder P90. Hast du die Fuse-Kit? Kann ich kaufen. Hab ich. Dann auch eins. Ah, okay. Hab ich als nächstes. Lock and load. Throwing smoke. Deploying flashbang. Das ist echt ne hässliche Pose die ich hier habe. Throwing flashbang. Flashbang. Wir gucken eigentlich immer einmal Dropper. Hello. Verschieb schon mal nach A lang, glaub du mal. Ja, die sind A glaub ich. Ich fress genau diese Scheißgranate. Ach. Könnt ihr denn schon aufm Spot sein? Ich geh unten raus. Achtung unten am SWAT. Grenade aus. Grenade aus. Grenade aus. Der eine war hinterm SWAT-Burger. Fuck. Eine. On left. Jetzt schafft er nicht. Ah shit man ey. Wie konnten die denn schon aufm Spot sein? Hab ich nicht gecheckt. Hab ich auch nicht verstanden. Ja ich glaub der eine war in Mitte. Ja komm ich kauf. Kauf du halt FAMAS? Ne ich will die ganze Zeit EP90. Die ist eh günstig. Ich kann auch Bison kaufen. Bin ich auch sicher im Dropper. Ja hauptsache kannst du hin und her laufen und schießen ne. Ja ich muss einfach nur viel Kugeln hier runter bringen. Wenn die da runter springen, hab ich erstmal einen Vorteil. Throwing flashbang. Vielen Steps. Laying down smoke. Oh ich erwische seinen hässlichen Kopf und er erwische mich auch. Ey wo guckt denn der Typ hin? Wie ist der Death? Das ist ein Witz. Ey das ist ein Witz. Der Typ 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 ist ein Witz. Ich will einfach nur, dass die da nicht runter gesprungen kommen. Ich will einfach nur, dass die da nicht runter gesprungen kommen. Ne der SS Des, der hat eben da so ein Ding hochgeguckt. Also die. Steps on the VB. Vielleicht bin ich blended? die sind schon wieder durch das gibt es noch nicht die smoken den halt gut ab und dann kannst du runter springen was ist das für ein timing ich höre von links einfach recht und wo ich nach links drehe kommt der rechts um die ecke diese die ecologisten aus dem mal angucken wenn du mal vor dem stirbst ist einfach dass sie halt auch nicht labern ich sage immer wieder was an kauft kauft sich eine tmp jetzt springt danach um kaufstelle tmp aber keine rüstung haben wir noch ein headshot so was landet der so was landet der wir haben da auch noch mal ein headshot verpassen jetzt kaufstelle 5 7 und und helmet echt doch so viel oh okay don't buy every runt doesn't a runt steps before b come dropper es gibt es halt nicht wer sind die denn ja lasst ihr auf den spot drauf und dann retaken wir den oder was genau so spielt man kann das dann komplett unabgestimmt das beste der eine ist hat eco der andere hat aber wenn dumm wenn sie den jetzt nicht jagen würden alter was ist das ding der war doch der war doch drauf aber man sieht es allerdings so wie es in wirklichkeit ist hallo die folgen dich doch eh der hat ihn noch geholt ja komm jetzt kaufen wir ich kauf mal famas ja können wir machen wenn du willst alle blocken sich komplett in der mitte komm eigentlich immer da alter wo ist denn der wieder es geht auch nix rein man sind zwei dropper ja hey guck mal wo ist der mitte der orangen der macht will ninja machen oder was ja und der kriegt den auch noch ach die sind so schlecht ich finde eine chance gegen den jetzt kann das auf einmal das spiel ist verrückt gewesen muss ich ehrlich mal zugeben okay ich bin gerade der schlechteste das lehne ich mich eigentlich so weit aus dem fenster du bist wieder dropper gell junge red doch mit mir ja das scheiß ding ey jetzt gibt es doch nicht ich krieg noch nicht mal da was rein bei dem größten nur bei einer dropper unten ja der zweite ist da auch noch ey was ist denn los smoke flashbang bombs down and dropper throwing flashbang nicht mehr die nicht mehr die das ist die Die Kiste hat dann erwischt Durch die Kiste hat er erwischt So, jetzt kauf ich gar nichts Ja, und er kriegt... Ja, am liebsten würde ich ihm in den Kopf schießen Lass mal rushen Let's rush A war B, oder? Ich gehe durch Mitte Durch Mitte? Deploying Flashbang Versteppst, B hin Versteppst Paul, wie er nichts mehr hat Dann zwei auf Mitte Das könnte ich holen um und um bis auf allern alle angeschossen hab ich hab ne Awe ich geb dir die Awe, ok? das ist besser als ich hier, ja, dann geb ich dir warte bis die weg sind ja, ja ich hab ne Pumpgun dann geh ich jetzt Dropper gucken wieder das erste Mal, dass ich die Runde überhaupt ne M4 hab Alter, was denn da für'n Krieg vielleicht schon Dropper ey, es gibt's einfach nicht kommt Dropper raus ich weiß nicht wie der mich geflasht hat die Bombe ist ganz woanders down, gell? die Bombe ist ähm Ramp down Dürfte, dürfte eigentlich keiner zu dir kommen, weil jetzt sagen die beiden die Bombe überschützen Nährst du dich jetzt dein Teammate? Genau, da unten könnten sie schon sein jetzt, ah ne, ganz bis wir da rechts neben dir ist dein Mann die Bombe genau kommt, Sidewalk, Sidewalk, kommt da hoch, hoch, hoch da ja da war er eben noch 10 Sekunden hat die Bombe schon? ne ne, die Bombe liegt noch unten also, keine Ahnung Alter, ich würde dann doch mal ein paar Runden holen Last Round, ne? Jo Let's go Ich will den Chiroko und 2.300 und hat trotzdem Kandy Das spricht für den richtigen Skill Flashbang Flash und Dropper einer Dropper raus Dropper wieder safe Nein Boah, das pusht einen hinterher und schieß mich ab One coming to A One coming to A One coming to A One coming to A Two are on A Not Deploying Hey 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 No safe last round No safe last round Just Wo Yes No safe last round Was hat er doch? Schön Shit Shit Witz, oder? Ist ein Witz, ja Richtiger Witz Geht mal Nächste Geht auch, ich bin Bin als Dropper Du wenn, dann placest du die Bombe Nein, ich wollte den Dropper, aber doch selbst Constant Geht ich die Bombe Ah, dann nehme ich, äh, gehe ich, na Ah, einen habe ich Dropper erwischt, aber den zweiten nicht Zwei kommen aus dem Dropper raus Nein, auf einmal geht's So lang Ich bin tot Nicht schlecht, ey, okay, ich greffe nicht Kick me, fuck you Fläche wieder lang und dann gehen wir raus, also B-Lang Ja, ich habe eine Smog Das gibt's ja nicht Das gibt's ja wohl nicht Der ist Dropper, der letzte Einer ist AFK, das ist so behindert Ich reporte ihn jetzt mal für Griefing Wie kann man denn den Spieler reporten eigentlich Um eine Runde muss er noch gewinnen Ja, das machen wir jetzt auch wohl Könnte ich jetzt noch nichts leisten Ich lasse jetzt aber langsam aufbauen Ah, next round, ach so Ja, next round von den Waffen Einer ist noch dahinter, hinter der Mauer Gibt's doch nicht, ey Ich gucke viel lang, ne Ja, ich gucke drauf Mission geschafft, yes Oh, ey This round Boah, du bist mir war ein Schlingel, du Alter, damit rechnen die nicht Ha, ich hab Zehnchen erwischt Alter, hat er mich erwischt Aufregend Grenade gettet Rechnen Regen Verstärker Grenade Grenade Nicht Wagen לי Wagen Boah, alle voll low Die Orb gewesen Keine Ahnung Schade, zwei Smogs an dieselbe Stelle Let's go B Jetzt ist A-Frei Doch nicht Ja, war doch klar, dass jetzt A-Frei wird, scheiße, Mann One-on-one Ah, okay, schafft er nicht mehr den 20 Sekunden Ach so, da kann man ja nicht sein Das war mit 50 HP Don't waste your off, you're safe Oh, das tut so weh, sowas Ich kann kaufen, ja, wir kaufen auch Das wär ihm so stumm Rott Das wär ihm Rott? Ist er rausgegangen jetzt? Oh, hier I'll throw in the flashback No, 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 no Lass mal warten Oh, einer kommt von hinten One from behind and one in dropper Go, Boah, du Boah One behind Skipp das doch nicht Go Die machen mir instant immer Headys, ey Bei unten umher liegen Waffen Oder damit andere Alter, ich bin so schlecht Ich bin so schlecht, ey Ich bin so schlecht, ey Hä, wie kann man denn Spieler reporten? Rechtsklick drauf und du bist auf der Hinterpelle Ah Let's go Linksklick Oh, komm, wir haben die acht Runden geschafft, also Ah Ah Da war noch Dropper drin Da kommen sie nach vorne Ah Hatte was hinter mir Bist du denn? Ja, die defusen jetzt halt Ich hätte was noch holen können Eine kommt bestimmt eh wieder hier raus gerusht Zieh mal auf die Ecke da vorne Wollte eigentlich unten rum gehen Wollte eigentlich unten rum gehen Ja, aber da kommt der mal gepusht Ja, aber da kommt der mal gepusht Rot geht schon unten raus Einer ist oben in Zeit, Zeit, Zeit Ich bin riesig Ich bin riesig Sch'llb Ich bin lila Ich bin niederschi Oh, das ist saved. Gucken, ob der da wieder lang ist. Ja. Einer geht immer diesen A-Lang-Weg und da kann man vielleicht den immer picken. Egal, ob man da lang lebt oder nicht. Ich bin einfach so schlecht grad mal wieder. Die Smoke dann ist echt sau dumm. Genau, da will ich den ja picken. So. Jetzt kommen wir nicht da durch. Aber du kannst jetzt einfach von unten durch. Wenn du kurz wartest, komm ich runter. Ja, unten durch. Ja, haben schon gepickt. Und auf B ist auch einer gepickt. Ja. 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 Ich glaube wir sollen jetzt zu... Ach du der ist da rechts, der hat nichts mehr. Der Bot läuft vor und ich kann ihn nicht übernehmen ey. Fuck das war blöd von mir, ich hab den auch nicht erwischt. Tchuchuchuchuch. So einen trifft der wieder nicht mit dem Instant Hedgehot, aber ich glaube wenn ich da laufen würde, wäre ich schon denkst wie der kassiert in meinem Kopf. Die jagen den zu zweit einfach. Also ich kann locker kaufen. Ja, die anderen auch. Der Bot auch. Wie viel lang? Na ist wieder da oben lang, ist viel erfolgreicher. Selbst wenn wir nur noch versuchen da zu picken und dann wieder woanders lang gehen. So unten zu gucken. Ich guck oben. So viel erschießen. Einer hab ich durch die Tür. Kobi. Lass sie weg gehen. Einer hab ich durch die Tür gut gehittet, da hat mich der Schalter mal durchgeguckt. Was ist passiert? 3 Heaters left. Behind walls. Ein Dropper. Ich blende die Bombe. Das machte zu lassen. Ich bin nicht der letzte. Ja einer im Dropper, der kommt von vorne. Der darf aber auch nicht mehr so viel haben. Der hat noch 4 Charps oder so höchstens. Der hat noch 4 Charps. Ja, bleib du da. Deine Leute gucken mir schon. Du wirst gewinnen. Boah, wie ich wieder ausgerastet bin. Kannst du mir kaufen? Yo. Naja, das muss man wieder langsam aufbauen, ey. Naja, das ist richtig gut. Die opfern sich immer weg, die Typen. Bein unten gesehen. Flaschbank. Mal mit aufb. Darf ich aufb kommen? Hat er schon einen weggeholt? Ich hab nur Pistole. Dann aber nicht. Nichts. Du bist aufbauen, die erste. Schrauben die Schrauben. Kommen nach links. Der Arm hat gedreht. Schrauben die Schrauben. Schrauben die Schrauben. Schrauben die Schrauben. So, dann haben sie jetzt an dem sonst eine Schrauben. Also ich sitze oben beim Dropper. Aufbauen! Du, fahre mich. Ich weiß, du kannst alles absehen, ne? Ne. Ich guck nur dass keiner von Dropper runtergesprungen kann. Ein Idiot zu links. Was ist denn los? Wir haben einen Bot und sind auf einmal viel besser als vorher. Wir müssen so langsam aufbauen und dann kriegen wir die auch. Halt hier. Color this area. Grab this area. I'll grab this area. Daftabie daß vor allem. Grenade! Grenade aus! Ich schaue die Flaschbank! Ich schaue die Flaschbank! Ich schaue die Flaschbank! Ich schaue die Flaschbank! Warum läufst du und schießt du? Was machst du? Ach so, das machst du gar nicht, sorry! Grenade! Wo war der denn? Ach, Junge! Ich smog die Mitte schön weg und der lässt sich da schon irgendwie picken. Ich weiß nicht wie... Sehr gut! Eh... Wir gehen nochmal ein Dings, ey! Die Seite ist so behindert. Wenn du da nicht mit Flash-Support rauskommst... Deswegen mach ich das die ganze Zeit nicht! We're not to go! Gehen nochmal untenrum! Ehh, no no go! Die sollen kommen halt... die sollen schön greedy werden lang sind wir ein bisschen weiter die bombe liegt da oben wenn ich habe der andere spot vielleicht sicherer oder tötet ihn wieder weg smoke Für smoke Mitte Ich guck das obere Ding ab Schrauben, Grenade Schrauben, Feuer Er ist weggerannt Jetzt hätte der anderen ihn schon gekriegt, oder? Oh, nein Vielleicht ist er ein WP Ja, er ist ein WP Was finden wir noch? genug Geld um nochmal zu kaufen Wer es kann, weiß ich nicht Final Round Und nochmal Pistole gekauft Hauptsache, ne? Komm, wie ist denn so ein Draw, ey? Kommen hier Flashbank Schrauben die Flaschbank Schrauben die Flaschbank Ich schrauben die Flaschbank Einer ist Mitte mit AWP Und Mitte mit AWP Fuck Ich bin geflasht Fuck, jetzt haben wir uns zu dritt an einer Stelle Versuch mal wieder zum anderen Bombenspot zu kommen Ich bleib hier Ich bleib hier Ah, da steht er direkt um die Ecke Scheiße Hatte keine Waffe der Penner Ja, die Bombe ist jetzt hier down Schrauben die Flaschbank Oh mann Shit mann Wenig Flaschen Nein Nein Na ja Good game, Dennis, good game Good game War eine knappe Kiste, ne? Krieg ich keine Punkte? Kommt noch Lol Ach, vielleicht kriegen wir keine Punkte, weil ein Bot drin war Nein, die werden einfach wieder nicht angezeigt Was ist der nächste Fische? WB WB WB